Wir hatten einen Tesla gemietet, das war cool, die Verleihfirmen, Herz und so, Enterprise, die bieten das günstig an. Das haben wir mal austropiert, kostenlos aufgeladen an einer super Powerstation von Tesla. Und aber normalerweise, Leute, bin ich immer zu Fuß unterwegs oder ÖPNV. Ich versuche viele, viele Schritte zu machen und immer aktiv zu bleiben. Und ÖPNV ist ja super, die U-Bahn, das ist ein super Netz, das du hast in New York. Was mir aufgefallen ist, hier haben Leute geklaut, es gibt auch mehr Überfälle, wir sehen, also ich sehe eine Krise kommen. Und es gibt viele Alarmsignale, viele Probleme siehst du in New York, in Manhattan, aber auch anderswo in Amerika. Hier ist Security im Supermarkt, wo ich wohne, steht immer Aufpassung, immer mehr Waren werden eingeschlossen, selbst Zahnpasta. Zahnpasta, da muss man hier so einen Customer Service Knopf drücken im Drogeriemarkt. Dass jemand kommt, um das aufzuschliessen. Alles verschlossen, selbst Zahnpasta für 2,79, das ist echt der Hammer. Es wird viel geklaut, es gibt viele Probleme, es gibt viele Obdachlose und es ist echt erschreckend. Hier war einer gelegen in der U-Bahn, aber du siehst sie überall und also das ist auch ein Zeichen, dass vielleicht doch eine Rezession kommt. Die Leute haben zu kämpfen, auch mit der Inflation und Security-Kräfte, Polizei sind in Supermärkten, in Kaufhäusern, überall unterwegs. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass auf Schildern, dass alles überwacht wird mit Kameras. Also wir haben, man sieht es, wenn man die Augen aufmacht, schon ein Problem. Ja und auch an der Börse läuft es nicht mehr so. Hier eine Aktie, die kam, eine Firma aus Brasilien, ich glaube die kam vor drei Jahren an die Börse, es gibt kaum noch Börsengänge. Auch da herrscht Flaute und man sieht es an vielen Stellen, dass es irgendwie schon abgekühlt hat. Hier SVB, Silicon Valley Bank ist ja pleite gegangen und war natürlich ein großes Thema die letzten Wochen, Monate. Überraschend, bei denen lief es fantastisch. Aus Kalifornien sind die, die hatten sich spezialisiert auf Start-ups. Hier First Republic Bank kam auch in den Strudel, ist auch sehr schwer abgestürzt. Auch aus Kalifornien, die haben sich auf reiche Kunden spezialisiert. Die sind natürlich noch an der Börse, aber bitterböse abgestürzt und haben auch zu kämpfen mit vielen Problemen, Vertrauensverlust. Und Charles Schwab auch, ist auch eingeknickt. Da bin ich Kunde, ist ein Discount-Broker, einer der Führenden aus Amerika. Die melden die Zahlen nächste Woche, ich glaube am Montag. Ganz, ganz bitter eingebrochen. Gründer im Grunde gesteuert. Und da ist immer noch hier einer der größten Aktionäre und TD Bank. Aber eine schwere Krise hat es halt erwischt. Ja, an der Wall Street, also kann es sein, dass ein paar bittere Monate kommen, dass es ein bisschen dunkel wird. Und die Stimmung nicht so toll liegt da auch dran, dass die Zinsen erhöht werden. Die Banken sind vorsichtiger geworden, wem sie Geld leihen, ob sie Firmen Geld leihen, ob sie eine Hypothek finanzieren, einen Hauskauf von einer Familie, von einem Privatkunden Kredite übernehmen. Sie sind viel vorsichtiger und wir sehen Probleme halt überall. Aber Leute, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich gehe auch mal, wenn es sein muss, mit Freunden gehen wir mal essen. Hier ist so ein österreichisches Restaurant am Central Park. Da gibt es sogar deutsche Zeitungen. Da schmöcke ich hin und wieder. Aber natürlich gehe ich da nicht ständig hin. Das sind auch Ausnahmen für mich. Ich gucke meistens daheim. Ich bin da ziemlich bodenständig. Immer noch First Republic Bank. Auch eingebrochen, habe ich ja erwähnt. Er hat sich auf die Reichen spezialisiert, auf Vorstände, auf Milliardäre. Also man sieht überall, dass da auch eine große Sorge besteht bei den Banken. Aber ich mache ja auch Buy and Hold. Charles Schwab wäre vielleicht mal interessant zu überlegen, ob da jemand einsteigen will. Aber da braucht man auch den Mut, um in so eine Krise reinzugehen. Und man weiß nicht, wie die Quartalszahlen aussehen werden. Da besteht bestimmt Abschreibungsbedarf, weil sie eben die langlaufenden Anleihen auch haben. Aber die Bank sagt, wir haben netto Zuflüsse, haben sie mitgeteilt per Pressemitteilung, Charles Schwab. Wahrscheinlich auch, um ein bisschen die Panik rauszunehmen, weil wenn du eine Bank ran hast und die Kunden das Vertrauen in dich verlieren, ist dann natürlich alles verloren. Das willst du ja natürlich vermeiden. Ja, hier war ich in Midtown unterwegs. Ich nehme öfters auch den Bus zu unserem Ferienhaus. Das haben wir da gemacht. Aber ja, die Banken ist halt ein großes Thema. Und First Republic, also wer ganz viel Mut hat, der schaut sich das auch an. Da haben ja verschiedene Großbanken sich entschlossen, dort einzusteigen und die zu fördern, zu unterstützen. Salesforce hat ja auch bitter gelitten. Die haben ein massives Personalabbau-Programm beschlossen. Und jetzt erholen die sich wieder die kurzen Kosten wie verrückt. Stand unter Druck, da sind auch einige Hedgefonds reingegangen und haben gesagt, hey Leute, ihr müsst was ändern, so geht es nicht weiter. Die Tech-Industrie baut natürlich massiv Arbeitsplätze ab. Zurzeit gibt es die ganz großen Team. Amazon baut ab. Alphabet. Also da, Meta, ja hier siehst du mich. Also Leute, ich sehe die Krise gelassen. Ich weiß, es kann eine Krise geben und wir sind auch schon ein bisschen in der Rezession drin, habe ich das Gefühl zumindest. Hier ist das Salesforce Tower in Manhattan. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich mache ja weiter bei einer Holm in meine Aktien. Ich kaufe zu und sehe die Krise eher als Chance. Und ja, was soll ich mir da auch groß den Kopf zerbrechen? Ich kann es nicht ändern. Und wenn die Kurse runtergehen, ich kaufe gezielt bei einzelnen Werten danach. Und ich finde das auch sehr spannend, weil auf jede Krise folgt eine Erholung. Und es gibt viel Lösungsbedarf, Potenzial. Wir haben scheinbar die Pandemie überwunden. Vielleicht werden wir den Krieg überwinden in der Ukraine und zu einem Frieden kommen. Ich hoffe es. Also wir haben so viele andere Lösungspotenziale, die es gibt. Zum Beispiel Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Wie wird uns weiterbringen? Und da gibt es enorme Fortschritte, wie viele schon wissen, mit diesem JetGPT. Ja, also Leute, ich bin insgesamt total positiv. Aber eine Krise kann passieren und damit rechne ich jederzeit. Hier Madison Square Garden ist ja auch an der Börse mit vielen Teilgesellschaften. Die haben auch in Las Vegas investiert in ein neues Event-Location. Flixbus ist ja auch in Amerika zu sehen. Wir haben viele deutsche Produkte auch. Zum Beispiel ist Bosch beliebt oder Miele-Geräte. Und hier Berliner Currywurst in Chelsea, im Chelsea-Market habe ich gesehen. Und deutsches Bier natürlich auch beliebt. Ja, und Kebab sieht man überall, Kebab. Und Planet Fitness, ich war dann noch in Washington ein paar Tage. Finde ich auch interessant, so ein Discount-Fitnessstudio und auf Franchise-Basis. Und die Franchise-Nehmer müssen dann immer die teuren Equipment-Geräte ständig kaufen und die Gebühren bezahlen, sodass der Konzern, die Holding immer gut verdient. Hier waren wir in Brooklyn unterwegs mit Freunden, mal was trinken und Salat essen. Und dann sind wir ins Brooklyn-Museum gegangen. Da gibt es eine Ausstellung von einem Modeschöpfer. Mugler heißt der, Terry Mugler, Manfred sogar, der zweite Vorname. Der kommt aus, ich glaube, aus der Straßburg, in der Nähe von Kehl, Deutschland. Und der hat Parfüm entwickelt, der hat Mode gemacht für Lady Gaga. Und das ist interessant, die ganze Fashion-Branche. Ich finde das spannend mit dem Louis Vuitton LVMH, was die alles geschaffen haben. Und dass der Vorstandschef von LVMH der reichste Mensch der Welt geworden ist, mit diesem Luxus-Imperium, ist schon beeindruckend. Also, ja, richtig beeindruckend, was der Bernard Arnault, der Chef, aufgebaut hat von LVMH. Die Aktie geht durch die Decke mit diesem ganzen Luxus-Kram. Die Leute bezahlen dafür wie verrückt. Der große Konkurrent aus Frankreich, Paris, ist Kering. Da gehört Gucci dazu. Die kaufen immer mehr Marken auf. Und die ganze Modewelt hier mit Kim Kardashian ist schon interessant, was sich da alles entwickelt. Sie nimmt Abnehmmittel über die Spritze von Novo und Nordisk. Das ist ein großer Trend. Die Schönen und Reichen machen das Abnehmen mit der Spritze. Hier, die dänische Pharmahersteller hat ein neues Mittel entwickelt, einen Wirkstoff. Und der wird jetzt verkauft. Und da kann man gut Gewicht abnehmen. Und das scheint sich zu einem ganz großen Trend zu entwickeln, weil wir haben Übergewicht in der heutigen Zeit. Damit haben viele Menschen zu kämpfen. Und so eine Spritze Medizin dagegen scheint eine Lösung zu sein. Aber Novo und Nordisk ist schon sehr teuer. Und die Aktie ist sehr teuer. Obwohl es vielleicht ein riesen Verkaufserfolg werden wird, wäre mir das vielleicht ein bisschen zu teuer. Ein Konkurrent aus den USA, Eli Lilly, hat auch ein Abnehmittel per Tablette. Auch das sehr erfolgreich, 20 Prozent Gewichtsabnahme. Ideal natürlich für die Reichen und Schönen, die sich das leisten können. Weil die Medizin ist sehr teuer. Aber die Nachfrage ist gigantisch. Und auch Eli Lilly ist ziemlich teuer gepreist, die Aktie. Also das muss jeder selbst wissen, aber es scheint ein großer Trend zu sein. Auch Elon Musk nimmt das. Er ist ja gestalkt worden. Oder es gab ja Paparazzi-Fotos, als er in Europa im Urlaub war. Und seitdem nimmt er Abnehmmedizin per Spritze, soweit ich weiß. Und er spricht auch offen darüber. Er ist ein ziemlich eitler Manager, Chef von Twitter, Gründer von Tesla und vielen anderen Konzernen. Er hat sich ja auch Haare verpflanzen lassen, soweit ich weiß. Und er steht auch zu diesem Abnehmittel. Und das scheint ja bei ihm auch sehr erfolgreich angeschlagen zu sein. Ich habe eine ganz schlechte Aktie in dem Bereich, Weight Watchers, die ist abgeschmiert. Das sah fast nach einem Insolvenzfall aus. Das war von mir ein Fehlgriff. Aber die haben jetzt einen Telemediziner übernommen, Sequence. Und die hoffen da auch von dem Trend, mit diesen Abnehmmitteln profitieren zu können. Denn man braucht, soweit ich weiß, auch ein Rezept vom Arzt, dass man die Medizin dann auch bekommt. Und deswegen scheint ja auch die Weight Watchers, die WWW International, so heißt sie ja jetzt. Die heißen ja nicht mehr Weight Watchers, sondern WWW International. Die ziehen wieder an im Kurs, weil sie da diese Übernahme gemacht haben von diesem Telemedizinanbieter, der eben die Medizin verschreiben kann zum Abnehmen. Und da scheint sich also wieder Hoffnung, naja, wieder Hoffnung zu bestehen, dass diese WWW International, die abgestürzte, brutal abgestürzte Weight Watchers Aktie, die ich selbst habe, ja, ob die vielleicht wieder auf die Beine kommt. Aber, also ich kaufe da vereinzelt zu für ganz kleine Beträge, aber es ist schon sehr, sehr spekulativ. Und das muss jeder selbst wissen bei all diesen Aktien, aber diese WWW International ist schon brutal spekulativ. Und man weiß nicht, ob die überleben werden. Viele Traditionskonzerne, die müssen sich immer wieder neu erfinden. Man hat es jetzt auch gesehen bei diesem Tupperware, diesem Plastikschalenkonzern, das steht fast vor der Insolvenz. Da gab es immer mal wieder Hoffnung und dann ist die Hoffnung wieder zunichte gemacht worden. Jetzt hat das Unternehmen gewarnt, dass sie vielleicht gar nicht mehr über die Runden kommen. Das Cash reicht nicht und sie wissen nicht, ob sie fortbestehen können. Also Tupperware steht vor dem Aus, wie es scheint. Und WWW International, vielleicht besteht ja noch Hoffnung, dass sie es doch hinkriegen. Muss ich mal abwarten. Ich habe die Aktie, die Abnehmenaktie und ich hoffe für das Beste. Aber enormes Risiko und Leute, dies hier ist auch keine Anlageberatung, muss ich immer dazu sagen. Macht's gut. Und das nächste Video wird über die Invest in Stuttgart sein. Seid gespannt. Ich habe viele super spannende Leute kennengelernt. Und ja, ihr werdet sehen. Ich habe sowas glaube ich generell. Und die 손 случаеانendlich. Und da finden wir auch ziemlich passiertieval.